Der Bahnhof, dass ein Geißerweiß von der Jüngung ist, auf dieser Strecke. Der Prinz hat einen neuen Weichen gemacht, haben wir gehört. Oh ja, das wäre cool, wenn hier ein Glas entfahren würde. Was ist? ... ... ... ... ... Moment, wir fahren mit der Druck Ja Wir fahren mit der Druck Wir fahren mit der Druck So nicht wie spät ist das jetzt? Nee Wie? Hä? Was hat der Bock? Hä? Was hat man wohl? Hä? 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 Was hat was they the luckiest them? Hast du dir das? Viele bee vontade. Pode musste erstmal ein, was hat man ein. Protein bräuch. Deine B height ist sehr leicht. izi hisse. Entschuldigung. Oh, man, wasser? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Bahnhof Losdorf und Bahnhof St. Pölten endet unser Zug im Bahnhof Losdorf. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen ist eingerichtet. Die Autobusse befinden sich im Bahnhof Vorplatz. Ich wiederhole, aufgrund von Bauarbeiten zwischen Bahnhof Losdorf und Bahnhof St. Pölten endet unser Zug im Bahnhof Losdorf. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen ist eingerichtet. Die Autobusse befinden sich im Bahnhof Vorplatz. Bedankt für Ihr Verständnis. Drei Minuten stehen haben wir. Welcher Busse fährt? Ein normaler Dienbus. 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 Liebe Reitende. Wegen Bauarbeiten fährt dieser Zug zwischen Losdorf und St. Pölten Hauptbahnhof im Schienenersatzverkehr. In Losdorf bitten wir Sie auf Höhehalt gestellten Bus zu wickeln. Wir bitten um Entschuldigung. Den Schaden fährtится. Ein normaler Dienbus. Ein normaler Dienbus. Das war, dass man mit Buss auf einem Flasen zu fahren geht. Der Dienbus ist Kontakt nicht eingetört. Der Dienbus ist ein Widerstand. Wir befinden uns nicht mehr. Der Dienbus ist auf Höhehalt gesteinander. Oh, ja, 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 ja. So nach vorne. Hallo. Hallo. André hat ein cooles Umbring. Checker. In Kürze erreichen wir Losdorf. Und einen kleinen Kürze haben wir dann auch ein schönes Umbring. Und wir haben vor demichen Sohn. Etwas ist fertig. Lass uns das schön aus, wenn es wenigstens klimatisiert ist. Lass uns das noch in der 20. Mauer kommen. Nein! Du! Anna, du bist weg! Du steigst mal, Ska. Du steigst mal. Hä? Woher ist das da? Ist das noch ein Führer? Das ist nicht mehr ein Führer. Nein. Nein, auf der Seite. Das ist immer so, immer so. Das ist doch dran. Das ist doch dran. Nein, wir sind doch dran. Nein, wir sind doch dran. Ist doch dran.